Langsam drückt er die Klinke herunter und tritt ein. Da liegen sie beide, zugedeckt und friedlich schlafend. Keine tödlich bleichen Gesichter, wie er sie sich vorgestellt hatte. Doch noch bevor er es versucht, ist ihm klar, dass er keinen Erfolg haben würde und dennoch schüttelt er die beiden. Zunächst sanft, dann immer heftiger, bis sie einfach aufwachen müssen. Aber keine Chance. Sie bleiben im Dornröschenschlaf. Wieder draußen lässt sich Manuel auf die Stufen vor dem Haus sinken, das Gesicht in die Hände gestützt. Wie viele seiner Freunde sind wohl ebenfalls wie seine Eltern im ewigen Schlaf? Wie lange würde es dauern, bis dieser Spuk der stillstehenden Nacht zu Ende ist? Würde er jemals zu Ende sein oder wird die Welt nun für immer von Dunkelheit erfüllt sein? Was hat es mit all dem nur auf sich? Vor seinem geistigen Auge ziehen viele Bilder seines Lebens vorbei. Wie er mit seinen Freunden und Freundinnen abends am Fluss gefeiert hatte. Jeden Sommer, jeden Abend. Fahrradtouren oder Städtetrips oder aber auch Feiern mit der ganzen Familie. Komisch, wie einem der Luxus all dessen erst bewusst wird, wenn es plötzlich nicht mehr geht. Manuel weiß nicht, wie lange er so da saß, als er zum dritten Mal in dieser Nacht eine andere menschliche Stimme hört. Juhu, Mann, ein anderes Gesicht. Dann, als Manuel den Kopf hebt. Oh, na toll, glücklich schaut das ja auch nicht aus. Vor ihm steht eine junge Frau, Mitte 20, also ungefähr in Manuels Alter. Die blonden Haare enden kurz über ihren Schultern. Und sie sieht aus, als hätte sie noch keine Familie oder Freunde im Endlosschlaf vorgefunden. Als Manuel weiterhin schweigt, setzt sie sich neben ihn und sagt Was ist denn los, hm? Was geht dir durch den Kopf? Wie grausam die Welt doch ist, dass sie uns den Tag verwehrt und uns in dieser finsteren Hölle voll negativer Gedanken schmoren lässt? Oder bist du nur frustriert, weil du befürchtest, der von Eile und Routine verseuchte Tag könne schon allzu bald wieder anbrechen? Irgendwie scheinen die Menschen nachts redseliger Fremden gegenüber zu sein. Die Frau schweigt wartend. Aber Manuel weiß nicht, was er sagen soll. Schließlich entscheidet er sich für Die Unwissenheit frustriert mich. Gerade habe ich meine Eltern nicht geschafft aufzuwecken und Unwissenheit? Fragt die Frau lächelnd. Das ist ja wohl ein Problem, dem man ein Ende bereiten kann, oder? Sie wartet. Wie heißt du? Fragt sie dann. Manuel, erwidert er. Und du? Keiler. So, du bist also noch unwissend. Sie lächelt immer noch. Gut, also im Grunde bin ich auch nicht besonders wissend in dem Sinne, als dass meine Annahmen bewiesen sind. Aber ich bin mir doch relativ sicher darin. Sie breitet ihre Arme aus und grinst ironisch selbstsicher. Also, was willst du wissen? Dann hängt sie geheimnisvoll flüsternd an. Ich bin das Orakel. Manuel fragt sich, wie sie so gut gelaunt sein kann. Na schön, sagt er dann. Weißt du, wie das sein kann, dass die Nacht nicht voranschreitet? Wow, entgegnet sie. Gleich die erste Frage kann ich dann doch nicht beantworten. Außerdem ist sie doch auch die am wenigsten spannende, oder? Ich sag dir mal, was du wissen willst. Dich interessieren vielmehr die Auswirkungen auf dich und deine Mitmenschen, die diese endlose Nacht hat. Manuel nickt langsam. Und darauf kann ich dir auch eine Antwort geben. Deine Eltern schlafen und sie lassen sich nicht aufwecken. Und zum ersten Mal grinst sie nicht mehr. Dann ist das Grinsen plötzlich wieder da. Aber das bedeutet nicht das, was für dich am naheliegendsten erscheinen mag. Ich bin mir sicher, dass das alles ein Ende haben wird. Manuel starrt. Und damit sind wir auch bei der eigentlichen Frage. Sie macht eine dramatische Pause. Nicht, wie kann es sein, dass die Nacht stillsteht, sondern wofür steht sie still? Also, was bringt es? Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die jetzt wach sind, aus einem bestimmten Grund wach sind. Und die, die jetzt schlafen, schlafen aus einem bestimmten Grund. Weil das für sie das Richtige ist. Ich glaube nicht, dass die Nacht länger stillstehen wird, als wir Wachen es brauchen. Wieso sollte sie auch? Aber erstmal müssen wir verstehen, dass wir es brauchen. Und dass es nicht sinnlos ist. Und wie das Ende aussehen wird, da bin ich genauso gespannt wie du. Beide schweigen. Manuel mit leicht geöffnetem Mund, überlegend. Was er sagen soll. Und Keiler mit einem selbstsicheren, aber sympathischen Lächelnd, darauf wartend, wie Manuel wohl reagieren würde. Dann hält sie es scheinbar nicht mehr aus und redet selbst weiter. Also, ich bin jedenfalls gerade unterwegs in Richtung Meer. Und ich meine natürlich, dass im Süden nicht das Grauen namens Nord- oder Ostsee. Keiler schweigt kurz. Dann, ja, und jetzt fahre ich weiter. Sie steht auf und geht den Gehsteig entlang, auf eines der unzähligen Elektroautos am Straßenrand zu. Die Hand am Griff der Fahrertür dreht sie sich um. Na, kommst du jetzt oder nicht? Manuel ist kurz verblüfft. Dann steht er auf und geht ihr hinterher. Sie ist ein wenig seltsam, aber auf eine gute Weise. So sehr ihn ihre gut gelaunte Art auch zunächst verwirrt und abgestoßen hat, kann er doch nicht bestreiten, dass ein Funke ihres Freudenfeuers auf ihn übergesprungen ist. Wer weiß, wie viel Zeit später brettern Keiler und Manuel mit 130 Sachen die Stunde mit geöffnetem Fenster über die Autobahn. Da ihre Handys ohne Internet nicht als Navi fungieren können, müssen sie sich antiker Steinzeitmethoden bedienen, was nur Keilers Umschreibung für eine papierende Landkarte ist. Da diese nicht über die praktische Funktion der Errechnung einer Ankunftszeit verfügt, wissen sie nicht, wann sie an ihrem Ziel, der Küste Genuas, ankommen würden, gehen aber von etwa fünf Stunden aus. Aber wen kümmert das schon? Hat Zeit jemals eine geringere Rolle gespielt? Sie sprechen nicht. Beide schauen mit lächelndem Blick nach vorne. Manuel hat es mittlerweile geschafft, seinen Verstand davon zu überzeugen, dass Keiler mit ihrer Annahme über das Ende der Nacht recht behalten könnte und dass es keinen Zweck hätte, die Nacht nicht zu nutzen. Letztlich hatte es nur diesen kleinen Schubs benötigt, seine eh schon vorhandene gute Laune herauszulassen. Jetzt genießt er die Nacht in vollen Zügen. Ich glaub's nicht, flüstert Manuel irgendwann grinsend vor sich hin. Was glaubst du nicht? Will Keiler wissen. Wie cool das doch ist, dass wir einfach so komplett spontan und ohne jeden Zeitdruck einfach mal machen können, was wir wollen. Ich glaube, was du meinst, ist, dass wir einfach mal so leben können, erwidert Keiler und lässt die Aussage kurz wirken. Ich meine, was ist das denn für ein Wahnsinn, dass du und ich natürlich auch, dass wir das als Luxus betrachten, tun zu können, was wir wollen? In was für einer bekackten Welt leben wir eigentlich? Und Manuel realisiert plötzlich, was für ein Druck ständig auf ihm lastet. Täglich die gleiche Routine zu erleben und so gut wie nie einfach mal spontan sein zu können. Und wenn, dann nur innerhalb von Millionen von Grenzen. Ist es das, warum er die Nacht grundsätzlich so sehr mag? Weil sie frei davon ist? Vielleicht ist das der Grund für diesen Stillstand. Dass wir einfach mal aus unserem Trott rauskommen und unseren Instinkten folgen können. Das ginge vielleicht davor theoretisch auch, aber zumindest ich hatte immer eine innere Blockade, die mich vorausblicken ließ und mich denken ließ, dass das jetzt nicht so klug oder angebracht wäre, überlegt Manuel laut. Ich persönlich mochte die Nacht schon immer, wegen der Möglichkeiten, die sie bietet. Die Möglichkeit, eine Auszeit nehmen zu können. Zumindest, wenn man nicht den Schlaf bräuchte, um wieder produktiv sein zu können. Das hat mir die Nacht immer ein bisschen verdorben. Jetzt, da sie still steht und ich endlos viel Zeit habe, sieht das ganz anders aus. Ich merke gerade, wie gut es mir tut, einfach mal spontan und losgelöst vom Alltag zu sein. Du verstehst langsam, was ich vorhin meinte, oder? Grinst Keiler. Von wegen, dass alles seinen Grund hat. Du hast es ja vorher nur angedeutet, fängt Manuel ironisch grinsend an. Aber jetzt sag mal, was du schon alles meinst, über diese Nacht zu wissen. Naja, also mir ist zuerst aufgefallen, dass sich meine WG-Mitbewohnerinnen nicht aufwecken ließen. Dann, dass mein Handy nicht funktioniert und zu diesem Zeitpunkt war ich dann ungefähr in der Stimmung wie du, als ich dich vorhin aufgegabelt habe. Dann habe ich angefangen nachzudenken und bin draußen rumgelaufen, um mit Leuten zu reden. Das war erst ein bisschen schwierig, weil halt nachts nicht so viele Leute unterwegs sind. Aber die, die ich gefunden habe, haben ungefähr dasselbe erzählt. Aus alledem und meiner eigenen Erfahrung habe ich dann den Schluss gezogen, dass man, wenn man jetzt wach ist, auch keinen Schlaf mehr braucht. Keiner scheint müde zu sein. Du auch nicht, oder? Und wahrscheinlich geht das Ganze mittlerweile locker vier oder fünf Stunden. Noch eine Erkenntnis meiner umfangreichen Langzeitstatistik ist, dass kein einziger Mensch, der jetzt wach ist, ein Nachtmuffel zu sein scheint. Du weißt schon, diese Leute, die Sprüche wie Nachts und alle Katzen grau von sich geben. Und von solchen kenne ich persönlich schon einige. Nur ist davon jetzt niemand wach? Ich habe vorhin auch gesagt, dass ich glaube, die Menschen, die jetzt schlafen, brauchen diese Nacht nicht. Aber vielleicht werden die Leute, die so eine Nacht brauchen, auch nur auf verschiedene solcher Nächte aufgeteilt, sodass sie nie alle gleichzeitig wach sind. Ich meine, welcher Mensch bräuchte das wohl nicht? Keiner hält kurz in ihrem Redeschwall inne. Dann fährt sie fort. Ja, und was das Ende des Störstands angeht, bin ich mir ein bisschen unsicher. Entweder geht es einfach irgendwann von selbst weiter oder erst, wenn wir wachen ist, wollen. Vielleicht kann jeder schlafen gehen, wenn er es für richtig hält. Und erst, wenn der oder die Letzte schläft, setzt sich die Zeit wieder in Gang. Ja, vielleicht geht es auch doch auf ewig so weiter. Aber das fände ich dann doch irgendwie gruselig und ich kann es mir auch absolut nicht vorstellen. Aber vielleicht ist das auch nur Hoffnung. Dann schweigen Keiler und Manuel sehr lange. Und das Gespräch scheint beendet. Sie fahren immer weiter. Mittlerweile haben sie die italienische Grenze passiert. Was Manuel auch an der sich ändernden Umgebung merkt, die stetig an den Autofenstern vorbeizieht. Mal halten sie kurz an, um sich die Beine zu vertreten, aufs Klo zu gehen oder über die weiten Flächen dürrenden Grases am Rand der Autobahn zu laufen. Was machst du eigentlich so? Fragt Manuel irgendwann. Also beruflich. Oder studierst du? Oder? Ich habe Grafikdesign studiert und seit ein paar Monaten arbeite ich als Illustratorin für Kinderbücher. Das ist was mega hart, weil die Konkurrenz einfach super hoch ist. Gefühlt jeder Künstler oder Künstlerin will Kinderbücher illustrieren und Kinderbücher werden halt auch nur selten Bestseller. Sie zuckt kurz mit den Mundwinkeln. Und bezahlt werde ich auch nicht so gut. Keiler wendet sich ihm zu. Aber es ist mein Traumjob. Schon seit Schulzeiten. Du warst in der Schule bestimmt immer bei den Beliebten, oder? Grinst Manuel. Keiler grinst auch kurz und sagt, jupp. Aber dann schaut sie ernst. Ich war immer irgendwie beliebt. Ich glaube, weil ich selbstbewusst war und auch vieles mit Humor genommen habe. Ich war so ein bisschen der Klassenklau. Aber das hat mich auch arrogant gemacht. Und irgendwann kam ich dann in eine neue Klasse und da wurde ich als überdreht abgestempelt. Und dadurch ging dann mein ganzes Selbstbewusstsein in den Keller. Ich glaube, ich habe dann erst im Studium zu der Art gefunden, wie ich jetzt bin. Ich war nie beliebt, sagt Manuel. Um fair zu sein, war ich auch nie ein Außenseiter oder wurde gemobbt oder so. Aber ich habe mich in meiner Klasse einfach nie besonders wohl gefühlt. Stattdessen habe ich die anderen beobachtet. Und irgendwie hatte ich schon damals eine Gabe dafür, meine Umgebung aufzusaugen. Das habe ich dann oft zusammenhanglos aufgeschrieben. Und manchmal ist dann ein Lied draus entstanden. Heute bin ich aber Drehbuchautor. Ich schreibe jetzt hauptsächlich Imagefilme und arbeite da eng mit einem Partner zusammen. Wir schauen uns das Unternehmen an. Ich überlege mit den verantwortlichen Angestellten hauptsächlich, was im Film wie gezeigt werden muss. Und mein Partner organisiert das Filmteam und so. Irgendwann gehen sie zurück zum Auto und wechseln sich dann mit dem Fahren ab. Was nach einer langweiligen Autofahrt klingt, stellt für Manuel die schönste Zeit seines Lebens dar. Es ist die grenzenlose Freiheit und Unabhängigkeit, die er genießt. Niemand kann ihn aufhalten. Keiner setzt ihm ein Limit. Ein paar gefühlte Stunden später reißt Keiler Manuel aus seinen Gedanken, als sie ruft, »Das Meer! Siehst du das Meer?« Manuel stirbt nach vorne. Und obwohl es dunkel ist, sieht er klar, dass sie gerade von einer kleinen Hügelkuppe nach unten schauen und wie das Leuchten der Häuser aufhört und in ein tiefschwarzes Dunkel übergeht. Er spürt, wie sein Herz zu pochen beginnt. Beim letzten Mal, als er das Meer gesehen hat, war er gerade einmal zwölf Jahre alt gewesen. Wie in einem Traum scheint diese Erinnerung. Wenig später biegen sie um eine letzte Serpentine, von denen sie jetzt einige hinter sich haben und fahren direkt auf das Meer zu. Keiler parkt den Wagen am Straßenrand und bevor sie sich's versehen, rennen beide über den verlassenen Strand mit seinen unzähligen Liegen und zusammengeklappten Sonnenschirmen und lassen sich direkt am Meer in den Sand fallen. Sanft umspült das Wasser ihre Füße, die sie schon längst von ihren Schuhen befreit haben. Der Sand unter Manuels Händen ist körnig. Beide schweigen. Wenige Schritte von ihnen entfernt steht halb am Strand, halb im Wasser, eine geschlossene Bar in Form einer hölzernen, runden Hütte. Wenn man einen Tresen heranschreiten wollte, stünde man mit den Füßen schon im Wasser. Bei Flut würde man wahrscheinlich schon bis zu den Knien nass werden. Am Dach der Hütte prangt in verschnörkelter, roter Schrift der Name Dream Bar. Weit und breit sind keine Menschen in Sicht. Aber weit in der Ferne ist am Strand ein Lagerfeuer zu erkennen. Meinst du, da sind Leute? fragt Keiler. Ich hoffe es, vor allem wegen des Feuers, erwidert Manuel mit einem Lächeln. Lass uns später mal rüberlaufen. Klar, warum nicht? Aber erst später. Manuel hört nichts, außer der Stille der Nacht und dem Rauschen der Wellen, wie sie mit ihren nassen Händen nach dem Strand zu greifen versuchen. Irgendwann, nachdem sie einige Zeit im Meer gelauscht und nach den Sternenausschau gehalten haben, ergreift Keiler das Wort. Manuel, ich glaube ja nicht an Schicksal und so, aber dass wir uns getroffen haben, das muss irgendwie sowas sein. Manuel schaut auf und zieht sie lächelnd an, während ihm eine Brise durchs Haar fährt. Keiler fährt fort. Du hast vorhin von deinem routinierten Leben erzählt und mir damit so aus der Seele gesprochen. Ja, mein Leben ist geil und so. Ich habe einen vielseitigen Job, der mir Spaß macht und gute Freunde, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Aber dennoch ist diese Nacht prima. Nie hätte ich das hier erlebt. Diese Nacht zeigt uns einfach, was alles möglich sein kann. Und ich persönlich brauche das öfter. Nicht in dieser Form, das würde langweilig werden. Aber dieses Instinkthandeln, von jetzt auf gleich entscheiden zu können, ans Meer zu fahren und weiß Gott, was noch alles zu erleben, muss ich mir behalten. Dann hören beide wieder nur das Rauschen der Wellen und spüren den Sand unter sich. Keiler richtet sich ruckartig auf und sagt, Manuel, wir beide, wir ändern das ab morgen, ja? Ich habe das Gefühl, dass diese Nacht ein riesen fetter Wegweiser ist. Ab morgen werden wir diese inneren Blockaden durchbrechen, wieder instinktiv sein und unsere Leben außergewöhnlich machen. Ja, Manuel fängt zu grinsen an. Klingt gut. Dann schweigen beide wieder. Welches mögliche Ende dieser Nacht würdest du dir eigentlich wünschen? Fragt Manuel dann irgendwann. Hm. Keiler überlegt kurz. Dann sagt sie, vielleicht werde ich einfach irgendwann doch müde und schlafe ein. Und am Morgen wachen wir alle in unseren Betten wieder auf und alles scheint nur ein Traum gewesen zu sein. Sie schaut auf das Meer hinaus. Aber schöner fände ich, wenn wir das Ende erleben könnten. Mann, das wäre echt ein Traum. Dann will ich unbedingt den Sonnenaufgang sehen. Wenn erst ein goldenes Glitzern über das Meer fällt und dann langsam die wabernde rote Sonne über dem Horizont auftaucht und dann alles rot färbt. Die Bar hier, den Strand, das Wasser, einfach alles. Und dann spürt man die Sonnenstrahlen auf der Haut, wie sie einen wärmen und man merkt, dass ein neuer Tag beginnt. Manuel sitzt mit aufgestellten Knien da, nach hinten auf seine Handflächen gestützt und lächelt. Klingt gut, aber ich hoffe, dass das nicht allzu bald passiert. Ich stelle mir das zwar schön vor und ehrlich gesagt vermisse ich den Tag sogar ein kleines bisschen und ich werde ihn mir auf jeden Fall irgendwann zurückwünschen. Aber dafür habe ich noch längst nicht genug erlebt. Oh Mann, wir werden ja noch so viel mehr erleben. Ich glaube, jetzt habe ich Lust, rüber zum Feuer zu gehen und nach den anderen Menschen zu suchen. Du auch? Kyla starrt auf das Meer und seine finstere Unergründlichkeit hinaus und dann sieht sie Manuel an. Ja, sagt sie. Klingt gut. Und ihre Mundwinkel zucken nach oben. Man kann sagen, was man will, aber die Welt bietet Mysterien, um die es einfach zu schade wäre, sie nicht zu ergründen.